Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Deutschland steckt in einer Haushaltskrise, die Menschen in Deutschland werden ärmer, und die Regierung verteilt immer mehr und immer weiter Geld in alle Welt. Die CDU macht nun auf die weltweite Ernährungssicherheit sich auf, sie zu stärken. Dabei erfasst aber anscheinend die CDU nicht ganz realpolitischen Fakten. Als Erstes möchte ich feststellen, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele auch für Deutschland gelten. Das bedeutet, es ist vorrangiger Aufgabe der deutschen Regierung, die 17 Ziele auch und gerade in Deutschland erfolgreich umzusetzen. Also in diesem Fall Null Hunger, auch in Deutschland. In Deutschland leben derzeit 6 Millionen Menschen, davon 2 Millionen Kinder von Ernährungsarmut sind sie betroffen, 6 Millionen Menschen, davon 2 Millionen Kinder. Laut dem Verband der Kinder- und Jugendärzte leiden in Deutschland weit über 500 000 Kinder regelmäßig an nicht gestillten Hunger hier in Deutschland. Inflation, steigende Miet-, Benzin- und Energiepreise und eine ideologische Maut- und CO2-Abgaben werden diese Situation weiter verschärfen. Deutschland wird mehr und mehr zum Sorgenkind und auch zum Entwicklungsland. Wenn ein Land seine eigenen Nachhaltigkeitsziele nicht erfüllt, wie kann es sich dann aufmachen, die anderswo erfüllen zu wollen? Das klingt wie das You never walk alone unseres Kanzlers, es klingt wie die weitere Häme, es klingt wie Doppelwumms und Zeitenwende. Aber wo wird denn nun am meisten in Gungat in Äthiopien zum Beispiel, dem ehemaligen entwicklungsprozillitischen Vorzeigeland? Hier wird unter Mithilfe der Vereinigten Arabischen Emirate ein Palast auf einer Fläche von 500 Hektar gebaut, kostet 15 Milliarden Euro, was dem äthiopischen Staatshaushalt entspricht. Derzeit ermittelt die UN in Äthiopien, weil Hilfslieferungen in dunklen Kanälen verschwunden sind und zu Geld umgesetzt worden sind. Und abschließend hat in den letzten 20 Jahren in Äthiopien auch durch die höhere Bevölkerungszunahme eine menschgemachte Entwaltung des Landes von über 60 Prozent stattgefunden. Das und kein Klimawandel ist das Hauptproblem für ausgetrocknete Böden, Wasserknappheit und für die Verringerung von Agrarflächen. Wie löst man nun diese Herausforderung? Lösung Ende der klassischen Entwicklungspolitik hin zu einer deutschen, interessengeleiteten wirtschaftlichen Zusammenarbeit zur nachhaltigen Stärkung des afrikanischen Kontinents. Dabei gilt, wer A sagt, muss auch FD sagen. AfD, das ist die Lösung. Und zwar Industrialisierung Afrikas für A, wertschöpfende, nachhaltige Arbeits- und Ausbildungsplätze. Die sorgen für finanzielle Freiheit, Fortschritt und Förderung der afrikanischen Industrie und Infrastruktur. Das letztendlich hat positive Auswirkungen auf D, demokratische Prozesse, demografische Herausforderungen und die Durchhaltefähigkeit, also die Resilienz der Länder. Und genau das sorgt für Ernährungssicherheit auch in Deutschland. Nachhaltig, stabil und wirkungsvoll. Eben AfD. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Knut Gerschau, FDP-Fraktion.